Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Playstation 3. Herzlich willkommen. Lust auf Missionen? Jo, äh, grad hab ich keine Zeit. Aber nach, auf jeden Fall paar Missionen machen. Vielleicht Singleplayer oder so, keine Ahnung. Herzlich willkommen zum neuen Let's Play online. Ist zwar jetzt noch nicht online, aber wird gleich online sein. So, ganz viele Taxen. Jetzt brauchen wir mal ein Auto. Moin Moin! Können wir noch einen Schlagstopp nehmen? Mal Schalldämpfer, ist besser. Uh, Geld! Druck frisch von der Bank. Cool. Nehme ich gleich mal. Äh, dein Auto nehme ich auch mal, gell? Der Phönix. So, genau. Ja, in meinem Rest in Peace Video, was ich gemacht habe, hab ich eine kleine Aktion gestartet. Und es hat sich eigentlich kaum bisher noch gemeldet. Bisher eigentlich nur zwei. Einen erreiche ich nicht. Und in einen hab ich erreicht. Und zwar Klingelingeling YouTube Gamescom ruft an. Genau, du kannst mir dir eine Handynummer privat schicken. So, privat. Natürlich privat. Und dann ruf ich dich an. Irgendwann mal. Dann kann ich mit euch ein bisschen quatschen, was das bringt. Einfach so, dass ich ein bisschen näher beim Ding bin. Ja, beim Abonnent. Lukatom. Lukatom. Das ist nicht Lukatom, Digga. Ich kenn Lukatom gar nicht. Der Commander. Moin, moin. Last GTA 5. Ich hab hier mal ein paar Dinge. Und zwar Adventskalender. Und zwar, ein Adventskalender. Kannst du mal ein Adventskalender-Special machen? Hat mir einer geschrieben. Äh, er spielt, blablab, eine Cam. Was ist denn das? Ich kenn Kenny. Er spielt, schaffst du das? Machen deine Fans. Zwang. Naja, sowas in der Art. Auf jeden Fall, äh, äh, erstmal Moin, Moin. Für den edlen Gameplayspender des Kommentars. Nein, ich spiele kein Call of Duty Ghost. Bisher gesagt, ich let's play das jetzt nicht mehr. Unbedingt. Weil das ist so ein Hacker-Passeuch, das Spiel. Mach ich nimmer mit. Will ich auch nicht ein und ist auch nicht unbedingt jetzt spannend, so let's play anzugucken von Black Ops. Ein Kill gemacht. Ich laufe fünf Meter weiter. Habe die Flacke A eingenommen. Flacke B. Und da ist das zehn Minuten lang immer das gleiche. Das ist doch scheiße. Sorry, aber ich hab die Wahrheit. Ich könnte auch lügen und sagen. Oh! Call of Duty ist das beste Game in der World, eh. Na ja, aber nicht. Boah, das war der Monster Sand? Ne. Das war der Monster Sand? Ne, nicht ernsthaft. Der Stoff aus dem Träume-Sinn. Was ist der Stoff aus dem Träume-Sinn? Sag was? Ja. Ja. Nein. Nein, du blöde Polizei. Ja, ich will hier weg. Moin moin. Nein, der Scheiß-Schlaf-Modus ist aktiviert. Was für ein Scheiß-Schlaf-Modus? Ah, doch nicht. Ich komm doch noch weg. So, jetzt entwickelt sich das alles zu GTA Online. Oh nein, ich habe nicht mehr viel Speicherplatz. Kacke. Mist. Muss das Let's Play beenden, glaube ich. Oder? Das Let's Play macht das jetzt noch weiter. Warte. Das ist noch weiter. Oder ist das Let's Play schon vorbei? Ne, das geht noch weiter. Ach, super. Weil jetzt, jetzt muss ich mal schnell was machen. Ich muss jetzt auf Edit gehen. Das seht ihr jetzt alles gar nicht. Wo ist das jetzt? Drei Minuten, fünf Minuten, siebzehn. Das löschen. So, jetzt gehe ich auf Kaptur. Achtung, Leute. So, ich bin gleich da. Ich bin gleich da. Ich bin gleich da. Bin ich da? Ja, ich bin da. Moin moin. Hey, Leute. Juhu. Ich kann euch nicht hören. Äh, echt jetzt. Äh, was soll ich sagen? Moin moin oder so. Was spielen wir denn jetzt? Ich weiß es gar nicht. Gucken wir mal. Die Sitzung wird auf jeden Fall beigetreten. So. Yeah, mein Gott. War ich so lange nicht mehr online? Klar, habe ich Lust. Aus dem Stoff, aus dem Träume sind. Stiel den Lieferwagen. Okay. Ach. Ich komme gar nicht über den alten, fetten Zaun hier rüber. Ich bin, glaube ich, zu dumm. Warte mal. Machen wir mal hier einen Basejump. So. Mega. Was ist denn das für ein Zaun? So, ich stelle mich zu blöd an. Ich komme nicht über den Zaun. Ich habe Pech gehabt, würde ich mal sagen. Komm. Machen wir mal. Was für ein Lieferwagen? Muss man denn klauen? Ich weiß gar nicht, wo der ist. Oh, der ist ja gar nicht so weit. Oh, super. Gucken wir mal, wie schnell unser Charakter ist. Das hier sind ungefähr 50 Meter. Ja, der liegt auf jeden Fall fast 50 Meter pro Sekunde zurück. Achtung. Nein. Gott sei Dank hat ich auch noch eine Knarre. Ich habe eine Munition mal investiert. Ist ja auch mal was Gutes, oder? Nein. Nein. Geh du schon mal vor. Geh du vor. Komm. Ich greife von unten an. So von unten attacken. Attikieren. Komm schon. Stirb. Nein. Ach, nein. Ich bin gestorben. Sorry. Ich bin zu blöd. War ich ein Call of Duty schon? Nee. 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 Alter, die sind ja richtig gut bewaffnet hier. Boah, am liebsten würde ich jetzt irgendwo Deco gehen, aber es geht so schlecht. Hallo, ich brauche eure Unterstützung. Mann. Nein. Blöder Charakter. Jetzt bleibe ich hier mal hocken. Boah. Mann, Leute. Das nervt ja richtig. Die sind ja richtig stark. Ich habe das ganz schwer gemacht. Gasflasche. 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 Geh hoch. Nein. Ich bin tot. Es ist vorbei. Vielleicht habe ich nochmal die Chance reinzukommen. Vielleicht. Wer weiß. Boah, ich stelle mich echt so blöd an beim Schießen. Kein Leben mehr. Was passiert jetzt mit mir? Minimal hat Kameramodus. Das ist nicht verarscht. Was ist denn das? Digga, wo ist deine Hand? Ich glaube, meine PS3 gibt auch schon was den Geist auf. Wo ist die Hand von dem Typen? Ich sehe da noch Hand nicht mehr. Oh, ich glaube, Escobar kriegt dich gleich. Oh, Escobar kriegt dich. Scheiße. Kameramann war ich eh nur noch nie ein guter. Ja, du hast Escobar erwischt. Cool. Ich glaube, wir haben das Ding gewonnen. Auf jeden Fall war es spannend. Halt, Escobar ist noch hinter dir. Schnell, 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 mach was. Was ist denn da drin? Die neue PS4-Lieferung wahrscheinlich. Ja, die kommt jetzt zu Amazon. Also Leute, ich sage tschau. Bis zum nächsten Mal. Euer YouTube Gamescom auf der Playstation 3. Oh, ja. Ciao.